Mein Name ist Marc Hoffmann, ich betreibe die Aal-Räucherei Hoffmann am Dümmer See. Wir sind ja generell ein Familienbetrieb. Uns gibt es seit 1968 hier am See und 2010 haben wir unseren Betrieb hier am Dümmer neu gebaut. Dieses Räuchern wird quasi so familiär weitergegeben und bei uns kann halt der Senior räuchern, mein Bruder, ich und mein Sohn, wir machen halt diese Räucherei hier zusammen und man kann halt immer ein eigenständiges Produkt in einer guten Qualität produzieren. Egal ob nun Aal oder Forelle, alles ist maximal so ein bis zwei Tage alt, also direkt frisch aus dem Ofen. Und wenn man bei uns mittags kommt, kann man halt auch direkt aus diesem Öfen sich so einen Fisch aussuchen und den dann auch knackfrisch auf dem Teller serviert bekommen. Was uns so als Betrieb hier am Dümmer auszeichnet, ist, dass wir die meisten oder fast alle Produkte, die wir hier verarbeiten, selber machen. Unser Eis machen wir selber, haben wir extra eine Eismacherin für. Den ganzen frischen Fisch, den wir da haben, wird auch jeweils frisch zubereitet, also nichts im Voraus produziert. Kuchen produzieren wir auch alles selber, also alles just in time. Da es jetzt hier auf die Weihnachtszeit zugeht und Silvester vor der Tür steht, produzieren wir Ihnen schöne Fischplatten. Einfach zwei, drei Tage vorher anrufen und dann können Sie diese Platten am 23., 24. oder auch vormittags am 25., 26. Dezember abholen. Verena wünschen wir Ihnen vom Team Aal-Räucherei Hoffmann eine schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Verena wünschen wir Ihnen vom Team Aal-Räucherei Hoffmann eine schöne Weihnachten und eine schöne Weihnachten und eine schöne Weihnachten.